Ich bin Jonathan, bin 30 Jahre alt, habe einen Job über MedWing bekommen als stellvertretende Pflegedienstleitung beim HVD Berlin-Brandenburg und bin sehr glücklich über meine neue Stelle und sage vielen lieben Dank MedWing, ich werde euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Die wesentlichen Vorteile von MedWing sehe ich zum einen im persönlichen Kontakt, dass es alles digital abläuft, dass es total unkompliziert ist. Für mich ist MedWing die Arbeitsvermittlung der Zukunft im Gesundheitswesen. Persönlich, digital und kostenlos. Boah, ist das schleimisch. Das ist das Ende von meinem Chef. Das ist das Ende von meinem Chef. Das ist das Ende von diesem Beispiel. Das ist es geht, wenn ich jetzt darf. Das ist das Ende von Anime. Ich habe dichository gesehen als dr Phew-Trekam werfen. Vielen Dank.